Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janek Brün und das hier ist der bereits fünfte Teil unserer Git-Tutorial-Reihe hier auf YouTube. Im letzten Video hast du ja gelernt, wie man mit git init ein neues Git-Repository initialisiert und wie man mit git commit einen ersten commit erstellt. Du weißt jetzt also, wie man ein repository erstellt und wie man darin commits machen kann. Und ich habe dir im letzten Video am Ende gesagt, dass wir uns im nächsten Video, also in diesem hier mal anschauen werden, wie man mit git checkout zwischen verschiedenen commits hin und her springen kann, um so zum Beispiel den Zustand von einer älteren Version wieder herzustellen und damit quasi Git wie eine Art Zeitmaschine für unser Projekt zu verwenden. Und das wollen wir uns jetzt wie gesagt in diesem Video mal anschauen. Ich habe hierfür schon mal die git bash geöffnet und bin auch direkt schon mal in unseren repository Ordner rein navigiert. Und jetzt wollen wir mal mit git log nochmal die Historie anschauen, also uns hier mal angucken, welche commits wir hier überhaupt erstellt haben. Und da sehen wir, wir haben im letzten Video diese beiden commits hier erstellt und zwar einmal hier Korrektur von Rechtschreibfehler und erste Version von unserem Website Projekt. Erste Version von unserem Website Projekt war ja der erste Commit und danach haben wir dann diesen hier erstellt, wo wir dann eben eine Korrektur gemacht haben. Und wir sehen auch hier oben schon, dass hier steht Head und dann so ein Pfeil auf Main. Und diesen Head Pointer, den kannst du dir vorstellen wie eine Art Zeiger, der immer auf das aktuell ausgewählte Commit oder den aktuell ausgewählten Branch zeigt. Da wo also der Head Pointer gerade drauf zeigt, da arbeiten wir auch. Wenn wir jetzt also zu diesem ersten Commit hier zurückspringen, dann springt der Head Pointer auch auf diesen ersten Commit und dann arbeiten wir mit diesem. Und ja, ganz wichtig ist eben, dass man nicht nur auf Commits zeigen kann, sondern auch auf Branches. Und in diesem Fall siehst du ja gerade, machen wir das auch. Der Head Pointer zeigt auf den Main Branch. Und wenn wir da jetzt eben einen Commit hinzufügen, dann bewegt sich ja der Main Branch ein bisschen nach vorne. Das werde ich dir gleich auch noch grafisch zeigen, wie das dann aussieht. Und der Head Pointer, der fährt dann eben mit dem Main Branch mit. Genau. Aber jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie man eben Git Checkout dazu verwendet, um zu einem Commit zurückzuspringen, beziehungsweise um den Head Pointer einfach auf irgendeinen Commit zu bewegen oder auch einen Branch. Wie funktioniert das? Naja, dafür brauchen wir diesen Hash-Wert von unserem Commit, zu dem wir eben springen wollen. Unser Commit, wo wir die erste Version von unserem Website-Projekt gemacht haben, hat zum Beispiel diesen Hash-Wert hier. Das ist dieser gelbe Wert mit dieser Zahlenfolge oder Zeichenfolge allgemein. Diese können wir uns ja mal kopieren. Dazu selektieren wir diese Zeichenfolge einfach mal, machen einen Rechtsklick und klicken dann auf Copy. Und dann schreiben wir einfach Git Checkout. Und dann pasten wir hier einfach mit einem Rechtsklick diesen Hash-Wert rein. Und wenn wir jetzt auf Enter drücken, dann bewegen wir den Head Pointer auf eben diesen Commit. Machen wir das mal. Und dann ist das auch passiert. So, und jetzt ist eine erstmal beunruhigende Sache passiert. Wir haben hier eine riesige Warnung. Und hier steht, you are in detached head state, also im entfernten Kopf-Modus. Und das klingt erstmal brutal und echt beunruhigend, aber keine Sorge, das ist nichts, worüber wir uns jetzt Gedanken machen müssen großartig. Wenn wir nicht auf einen Branch zeigen mit unserem Head Pointer, sondern auf einen einzelnen Commit, dann befinden wir uns im detached head state. Und das möchte ich dir jetzt einfach mal grafisch auf einer Präsentation zeigen, was es damit eigentlich auf sich hat. Du hast ja gerade eben schon gelernt, dass der Head Pointer wie ein Zeiger funktioniert, der immer auf den aktuell ausgewählten Branch beziehungsweise den aktuell ausgewählten Commit zeigt. Und in diesem Beispiel siehst du das jetzt auch schon. Wir haben hier einmal diesen Main Branch, das ist ein kleines Projekt. Und dieser Main Branch, der hat hier auch schon drei Commits, nämlich Commit A, B und C. Jetzt kann ich natürlich zu diesem Branch auch noch einen weiteren Commit hinzufügen. Und wenn wir das machen, dann passiert folgendes, wenn der Head Pointer auch auf den Branch Main zeigt. Dann wird dieser neue Commit erstellt und der Branch, auf den wir gerade zeigen, der bewegt sich ein Stück nach vorne, sodass eben hinter ihm dann dieser neue Commit liegt. Jetzt können wir natürlich auch noch einen weiteren Branch erstellen, der zum Beispiel irgendein Feature darstellen soll, also indem wir irgendein neues Feature entwickeln wollen. Und das wollen wir erst mal entwickeln in einem eigenen Branch eben, sodass es nicht direkt Auswirkungen auf unseren Main Branch hat. Dann können wir hier natürlich auch wieder einen neuen Commit erstellen. Und weil gerade eben schon der Head Pointer auf unseren Branch Feature gezeigt hat, wurde dieser Commit eben zu diesem Branch Feature hinzugefügt. Sprich, der Commit wurde vor dem Branch Feature erstellt und der Branch Feature, der wurde eben ein Stück nach vorne geschoben. So, du siehst jetzt also, wenn wir auf einen Branch zeigen, mit unserem Head Pointer, dann wird dieser Branch immer, ja, wenn wir ein Commit machen, ein Stück nach vorne bewegt und dieser Commit, der gehört dann eben zu diesem Entwicklungszweig, also zu diesem Branch. Jetzt kann man allerdings mit dem Head Pointer nicht nur auf Branches zeigen, sondern auch auf einzelne Commits. Zum Beispiel können wir mit dem Head Pointer auf diesen Commit C zeigen. Das machen wir, indem wir einfach von diesem Commit den Hashwert nehmen und git checkout mit diesem Hashwert dann aufrufen und dann springt der Head Pointer auch zu diesem Commit C. Und wenn wir das machen, wenn wir also nicht auf einen Branch zeigen mit dem Head Pointer, sondern auf einen einzelnen Commit, dann dann befinden wir uns im Detached Head State. Dann bekommen wir diese Warnung, dass das eben der Fall ist und es ist auch wichtig, dass wir das wissen. Denn wenn wir auf einen einzelnen Commit zeigen, können wir natürlich trotzdem weitere Commits erstellen. Und diese weiteren Commits, die sind dann nicht Teil von einem bestimmten Branch, sondern die wurden einfach quasi kopflos erstellt. Sprich, wenn wir jetzt hier auf dem Commit C einen neuen Commit erstellen, dann sieht das ungefähr so, aus. Dann haben wir hier diesen neuen Commit F und dieser gehört jetzt nicht zu irgendeinem Branch. Sprich, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu irgendeinem anderen Branch und da arbeiten und dann irgendwann wieder zu diesem Commit F wollen, das wird ein bisschen schwierig, das zu finden, denn wir orientieren uns ja quasi an diesen einzelnen Branches. Diese Branches sind ja nicht einfach nur hier dazu da, um einen Entwicklungszweig zu erstellen, sondern auch um uns an diesen zu orientieren. Dabei helfen die uns. Und wenn wir jetzt eben Commits erstellen, die nicht zu irgendeinem Branch gehören, dann wird das Ganze ein bisschen chaotisch. Und deswegen bekommen wir immer den Hinweis, dass der Head gerade detached ist, also ja, dass wir quasi kopflos unterwegs sind. Und ja, das passiert immer, wenn wir mit dem Head Pointer auf einen Commit auf einen einzelnen zeigen, anstatt auf einen Branch. So, soviel also mal zu diesem Head Pointer und jetzt würde ich sagen, gehen wir wieder zurück zur Git Bash. Da sind wir also wieder und wir haben hier immer noch diese Nachricht. Wir haben ja jetzt gewechselt zu diesem ersten Commit und ja, wir haben hier jetzt diese Nachricht, dass wir im Detached Head State sind. Und wenn wir jetzt einfach nochmal schreiben Git Log, dann sehen wir, dass wir jetzt den Log angezeigt bekommen bis zu diesem Punkt in unserem Projekt, an dem wir uns jetzt eben hier gerade befinden. Und da haben wir jetzt tatsächlich nur einen einzigen Commit und das ist der, an dem sich gerade der Head befindet. Und du siehst auch, hier steht jetzt nicht wieder Head und dann ein Pfeil auf irgendein Branch Name, sondern einfach nur Head. Der zeigt jetzt also wirklich hier nur auf diesen Commit. So, und jetzt wollen wir mal wieder zurück springen zum eigentlichen, ja aktuellen Stand von unserem Projekt und zwar zum Main Branch. Wie machen wir das? Wir schreiben wieder Git Checkout und jetzt wollen wir ja nicht zu einem Commit springen, also wir brauchen jetzt nicht wieder diesen Hash Wert, sondern wir wollen ja jetzt zu einem Branch springen und zwar zu unserem Main Branch. Wie funktioniert das also? Naja, wir schreiben einfach den Namen von dem Branch, zu dem wir wollen. Sprich, wir schreiben einfach Git Checkout Main. Und dann sind wir wieder an diesem Punkt. Wir können also wieder schreiben Git Log und dann sehen wir auch, haben wir hier jetzt wieder diese beiden Commits drin. Und der Head, der zeigt jetzt auch auf dem Branch Main. Sehr coole Sache also. Ich möchte dir jetzt aber auch wirklich mal zeigen, dass es einen Unterschied macht, je nachdem auf welchen Commit wir uns gerade befinden oder wo wir im Projekt gerade allgemein sind mit dem Head Pointer. Wenn wir uns mal den Ordner von unserem Projekt nochmal genauer anschauen, dann sehen wir ja, dass wir hier diese index.html-Datei haben. Die können wir ja mal öffnen. Und ja, diese index.html, die hat hier einfach nur drinstehen, das hier ist meine eigene Website. Wir befinden uns hier gerade auf dem aktuellsten Commit und zwar auf unserem Main Branch. Wenn ich jetzt allerdings nochmal zurückspringe zu unserem ersten Commit und zwar zu dem hier. Kopieren wir uns hierfür einfach nochmal diesen Wert und sagen wir dann Git Checkout und dann kopieren wir den einfach hier rein. Dann befinden wir uns jetzt mit unserem Head Pointer wieder auf der ersten Version von unserem Projekt. Und wenn ich hier jetzt diese Seite neu lade, dann sehen wir, dass dieser Rechtschreibfehler hier wieder da ist. Denn dieser war ja in unserer ersten Version drin. Das hier ist meine eigene Website. Du siehst also, das macht tatsächlich einen Unterschied, wo wir uns gerade befinden. Und ja, du siehst also mit Git Checkout können wir den Stand unseres Projekts wieder zu einer alten Version zurückspringen lassen oder zur aktuellsten Version wieder springen oder in einen anderen Branch wechseln und so weiter und so fort. Sehr coole Sache also. Du hast jetzt also in diesem Video gelernt, wie man den Git Checkout Befehl verwendet und du hast auch gelernt, was der Head Pointer überhaupt ist und wie dieser sich bewegt, wenn wir den Checkout Befehl verwenden. Übrigens in der Videobeschreibung befindet sich ein Link zu unserer Programmieren-Staaten-Premium-Mitgliedschaft. In dieser hast du Zugriff auf all unsere Programmieren-Staaten-Masterkurse, also auf den C-Sharp Programmieren-Masterkurs, den Python-Masterkurs und auch den Java-Masterkurs und natürlich auch zu allen Fortsetzungskursen. Und auch alle zukünftigen Kurse, die wir so rausbringen, landen in dieser Premium-Mitgliedschaft. Dazu gehört auch zum Beispiel unser bald erscheinender Unity Masterkurs. Wenn das für dich interessant klingt, dann klick mal auf den Link in der Videobeschreibung, da kannst du dir das Ganze nochmal genauer anschauen und ja, in diesem Sinne war es das dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch auch unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen.